Herzlich Willkommen im Mobilcom-Bus-Tour 2013 und wir sind in Ansberg. Zwei Tage erstmal Hallo an euch und wir hoffen natürlich, dass wir ganz nett viele nette Menschen hier treffen. Bis gleich. Bis gleich. Ciao. Hallo, ich bin der Robert und das ist die Mobilcom-Devital-Roadshow 2013 und neben mir steht der? Lays. Und der? Marvin. Und wen wollt ihr grüßen? Meine Freundin Tatjana. Und du? Meine Freundin Alessia. Und zusammen grüßen wir eure Freundinnen ganz lieb aus? Neheim. Neheim. Und wen möchtest du grüßen? Meine Cousine Fili und meine Schwester Silvi. Und wen wollt ihr grüßen? Meine Leute und meine Familie. Familie Serhat, liebe Grüße. Und wen wollt ihr grüßen? Frau Helva, unser Klassenlehrer. Und wen wollt ihr grüßen? Meine Familie. Und meine auch. Wen wollt ihr grüßen? Wir grüßen unsere Familien, unsere Freunde, unsere Lieben, würde ich sagen, oder? Ja. Und wollt ihr noch jemanden grüßen? Robert. Das ist der Mobilcom. Der ist so cool. Und wen wollt ihr grüßen? Alle, die wir kennen. Und wen wollt ihr grüßen? Unsere Familie. Ihr seid bestimmt bei Facebook, habt ihr uns jemanden zu grüßen? Ja, gerne. Einmal unseren Freund Riyad. Ja, auch wir. Und wen wollt ihr grüßen? Leslie und Pia. Jo, jo, was geht ab? Mehrheim. Seid ihr alle klar? Mehrheim ist in der Haus. Mehrheim, seid ihr da? Ich mache es einfach so, was mir gefällt. Ich brauche kein Geld. Und weil ein Mobil kommt, da kommst du nicht drauf klar. Weil da gibt es das iPhone, das ist wunderbar. Ich schicke es einfach ab, was mir gefällt. Und deswegen seid ihr alle grillen. Wuhu! Und wen möchtest du grüßen? Also ich grüße Roman, Mehdi, Lana und ja, das war's. Wirst du auf Facebook? Nein. Nein. Möchtest du trotzdem Leute grüßen? Hier hast du jetzt die Möglichkeit, schieß los. Ich grüße Vedina, Edona, den Mann, und den Mann neben meiner Schwester. Sehr gut. Schöne Grüße. Robert. Und wen möchtest du grüßen, Dietmar? Alle lieben Postler. Alle lieben Postler. Übrigens, by the way, der Dietmar ist der Gewinner des Wissensquiz. Und deswegen sagen wir liebe Grüße aus Neheim. Hüsten!